Ich glaube, ich sollte mir nach dem Kampf mit Bane vielleicht lieber ein bisschen mehr Verstärkung holen. Weil wenn jetzt Killer Croc kommt, dann... ja. Das wird witzig. Ich hab da so meine Befürchtungen. Ich kann mich da so grob irgendwie gekommen dran erinnern. Muss ich hier hoch? Ich hab keine Ahnung. Ich lauf jetzt einfach mal wo ich meine. Sieht aber ganz gut aus eigentlich. Eins, was ich nicht weiß, ist die Tatsache, wo ich jetzt... wo waren die Riddler Trophäe? Die war doch irgendwo hier. Ne, die war irgendwo ganz woanders, glaube ich. Bei mir gibt es ja keine Scarecrow. Ach, da ist sie! Die holen wir uns noch. Ist ja leicht. Ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos geschneit hätte. Tja. Tja. Ist was dran. Und da war auch noch einer, ne? Warte, da ist auch noch was. Oh, 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 oh. Das jetzt mal so richtig war, da so runter zu hüpfen. Bin mir da nicht so sicher. Ah, war's. Offensichtlich. Perfekt. Ah. Keine? Guck mal. Ah, die Bane-Figur. Cool. So, wie viel habe ich jetzt hier mit den Herausforderungen? Bam, 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 bam. Oh, da ist noch irgendwas in der Nähe. Das war das... Naja, findest du alle mit den Seiten. Genau. Ich erinnere mich, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Hier war ich schon. Hier könnte man hoch, ne? Jetzt dahin. Keine Ahnung. Gebe ich hier rein. Ach, hier ist nur ein Trophäe. Okay. Ich hab' nicht gewusst. Gebe ich da raus. Ich wollte jetzt hier nicht sterben. Ah, so komme ich runter. Okay. Es sagt mir sogar das Spiel, es geht. Perfekt. Wundervoll. Schlau ist es. Also, einmal noch. Bling. Schön, das sind ein liebiges Geräusch. Das sind, wer das ganz oft kommt. Das ist super, das ist super, das ist super. Drei Stück, würde ich sagen. Das war machbar. Wenn ich jetzt eine Karte hätte, wüsste ich natürlich nicht, dass da alles ist. Aber, habe ich. Selbstverständlich habe ich keine Karte. Hübsch, hübsch hier. Schön. Also, hier ist auf jeden Fall kein Killer Croc, weil der so viel zu hoch für. Weil, was soll der hier? Darüben gehts auch noch hin. Hier gehts noch rum. Da auch irgendwas zu bedeuten. Kann mir nicht Zufall sein. Was ist denn hier? Ich meine zu Hause, habe ich hier unter... Ah, Trophäe, perfekt. Wie viele hier sind! Das ist unglaublich. Kommissioner James Gordon freigeschaltet. Upsala. Wuhh nein! Oh, das war knapp. Das war knapp. Da hab ich mich doch glatt, äh... Da wär ich doch fast tot gewesen. Mann, Mann, Mann. Der hätte ich fast unseren Fledermaus-Freund gekillt. Das wär nicht gut gewesen. Das wär nicht gut gewesen. Da wär ich doch glatt da runtergefallen. Gut, dass der immer seinen, äh... Seinen Umhang dabei hat. Gott sei Dank. Warte mal, Alter. War noch was? Moment, warte mal. Ist da noch ein Geheimnis? Oder ist da nix? Und wenn ja, wie kommen wir da hin? Oh, Batman, mach's laufen, bitte. Komm ich da irgendwie hin? Vielleicht hier runter? Ich kann eh noch drauf. Dann da rüber, ne? Ist da denn was? Ich hab keine Ahnung, ob da noch was ist. Und wie das komische Rätsel hier funktioniert, weiß ich auch nicht. Das eine. Das mit den Seiten. Rätsel hat viele Seiten, nur einiges sind sich... Ach, kein Blastschirm, der meint. Der muss ja immer so kryptisch reden, ey. Ja gut, das ist der Mittler. Haha. Ich hätte vielleicht nicht hier runteröpfen sollen. Ich hab das Gefühl, das war blöd. Da wäre ich das Gefühl, ich kümmere nicht weiter. Oder? Ist ein Vorsprung? Vorsprung ist eigentlich immer ganz gut. Da unten komm ich nicht. hin, käme ich eventuell hin. Oder rüber komm ich nicht mehr hin. Komm ich dann irgendwie da hin? Ist da was oder ist da nix? Ich weiß es nicht. Das kommt ja nicht da rum. Nein, ich muss irgendwie hier lang. Wieder hier lang. Mal wieder. Mal wieder hier lang. Ich kann jetzt auch noch irgendwie rein. Ich kann jetzt da hin. Der Weg ist kürzer, ne? Uh, nicht da reinfallen. Okay. Fangen wir wieder bei Null an. Toll. Das hat nicht funktioniert. Da versuchen wir nochmal. Rette dich, Batman. Gott sei Dank geht das. Huh. Klasse. War knapp. Ach guck mal, ich bin schon hier. Ich hab den Weg gespart jetzt. Ist ja perfekt. Umso besser immer. Umso besser. Ich lauf jetzt mal da hoch. Ich weiß nicht, wo hier noch was sein soll. Keine Ahnung. Jetzt gehen wir jetzt mal da rüber. Schnappen wir uns da da. Und wir holen uns mal ein Trophäe dahinten. Die wir nicht kriegen. Weil wir... Ach, da drüben ist auch noch eine. Aber da komm ich auch mit dem Haken nicht dran, ne? Da komm ich dann mit dem Haken nicht dran. Das ist eben weiß es nicht, ne? Oh, wie doof. Das wird ja so Rätsel, die man nur lösen kann, wenn man eigentlich etwas ganz anderes macht. Scheint. Doof. Hm. Kommt die nicht rüber irgendwie? Kann man doch bestimmt... Warte mal. Kann ich nicht irgendwas hier runterreißen oder so? So. Hm. Ach, guck mal. Da ist ein Rätsel. Ah, da ist das Rätsel. Ich hab's gefunden. Ich hätte vielleicht nur die Ansicht lassen sollen. Wo ist der Punkt? Wo ist der Punkt? Muss der dann irgendwo da unten drin sein. Nimm ich da irgendwie hin? Vielleicht nicht, wie es aussieht. Wo komm ich denn an den Punkt? Wo ist der Punkt? Muss ich viel besser sagen. Ist der irgendwo da drin? Hm. Nein, ich fall voll da rein. Ah, das war dumm. Scheiße. Voll da reingefallen. So. Elendiges Rätsel. Das ist elendige Rumgerätsel hier. Hm. Bin ich denn jetzt gerade? Ach, hier oben bin ich. Ja, das war schön. Hier muss ich eigentlich auch hin. Perfekt. Aber wir kommen nirgendwo rüber, ne? Das sehe ich richtig. Und nicht mit dem komischen Haken. Hm. Ich weiß nicht, wo ich das... Ärgerlich. Na gut. Dann wollen wir erstmal... Was sollen wir denn die machen? Ach ja, wir müssen ja zu dem... Tante Finn. Ja, die finden wir schon. Obst aber. Das ist gar nichts, ne? Nur so raus. Irgendwas. Naja. Gut. Oh, ein Tonrand. Oh, ich erinnere mich gerade. Hier war ja auch immer noch Killer Croc. Oh, ich hoffe, der kommt nicht. Aufgezeichnet ist Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten, Waylon Jones, alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo Sie herausfinden, warum ich es getan habe? Doc. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Haben Sie denn eine Behandlung für mich, Doc? Können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal. Oder? Hm, könnte sein. Wie wär's damit, Doc? Sie lassen mich gehen? Und ich fresse Sie nicht? Sie fressen keine Menschen. Das ist nur ein Großstadtmärchen. Glauben Sie? Haha. Denken Sie, das ist gut, weiter. Doc. Gute Voraussetzung. Definitiv. Das wird ja klasse. Okay, okay, okay. Dann, wo sind wir denn jetzt gerade? Ach, hier geht's noch weiter. Okay, dann müssen wir den Gang langen. Okay, wir werden Finn. Ist das einfach nur ein Loch in der Wand? Ah, ne Schreckliches. Oder? Oder? Hier ist eine Fliege, irgendwo. Irgendwo ist eine Fliege. Gibt's durch? Ah, ja, hier geht's durch. Richtig. Haben wir auch mitgekriegt. Und dann? Ich mag, dass sie diese Bett-Symbole drauf spüren. War lustig. Den Zeitpunkt. Gibt's da durch? Ja. Nicht viel ist hier nicht, ne? Ist gar nix. Okay, nächste Tür. Gehen wir jetzt außen wieder? Sind wir wieder oben? Ist das auch... Ist gar nix, nur Deko. Das muss man schon mal hatten. Ähm. Ähm. Sind wir zurückgelaufen? Wir sind... Hä? Habe ich nicht gemacht. Weil haben wir mich denn gedreht? Bin ich gerade in irgendeinem Spare-Crow-Dingend drin, oder? Ich bin noch hier hoch und dann durch das Loch durch, oder nicht? Dachte ich zumindest, das wäre so. Offensichtlich bin ich da nicht durchgelaufen. Wie mir scheint. Fangen wir irgendwas? Äh, nee. Da ist es leer. Und, raus. Zwei bewaffnet, vier unbewaffnet. Ah, wir kommen an der Oberfläche. Oh. Stehen die jetzt da oben drauf? Für den Türmen, aber noch für eine Wache. Okay. Wobei... Ach, guck mal, wie viele Rätsel es hier noch gibt. Das ist ja unglaublich. Ding dong. Hier ist wieder Joker. Was soll ich denn, der Fledermaus-Kreis haben? Ich habe auch den Dekker überraschend vorbereitet, falls er sich dazu entschließen sollte, uns den Spaß zu verderben. Oh, und wenn ihr in der Dunkelheit einen Schuss schwört, keine Angst. Es besteht kaum ein Risiko, dass ihr verletzt werdet. Ich bin hinter der Fledermaus-Heer. Na ja, vielleicht wollt ihr noch eure Krankenversicherung überprüfen. Obwohl, ihr habt ja gar keine. Scharfschützen. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Na toll. Aber den einen kriegen würde alle. Der muss ich nur mal da runtergucken, komm. Ja. Bleiben wir mal versteckt, würde ich sagen. Können wir den lautlos? Wäre immer was. Das wäre besser. Für alle. Die vier da unten sind egal. Oder der hinten ist doof. Hm. Komm, warte. Lauf weiter, lauf weiter. Komm schon. Wichtig. Ha. Hab ich ihn doch. Ich hoffe, ihr habt ihn auch nicht gesehen. So. Perfekt. Kommen wir jetzt da rüber? Hm. Wie komme ich da vor allen Dingen rüber? Tja, da ist auf jeden Fall eine Trophäe. Eine Riddler-Trophäe. Dann geht's auch noch nicht durch. Wofür zu tun? Wofür zu tun? Wofür zu tun? Wofür? Wofür zu tun? Wofür zu tun? Wofür zu tun? Wofür zu tun? Wofür zu tun?